Musik Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwanzheit TV, ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Bad Säckingen Am Samstag, den 30. November 2019, gegen 16.15 Uhr, bevor ein 64 Jahre alter SUV-Fahrer mit seinem Dacia die Friedrichstraße in Richtung Oberseckingen. Nach Mitteilung der Polizei hatte der Unfallverursacher kurz nach der Einmündung der Hilda-Straße im Stop-and-Go-Verkehr den davorstehenden Citroën zu spät bemerkt und diesen auf einen davor befindlichen Golf geschoben. Glück im Unglück hatten die Fahrzeuginsassen aller drei PKWs, denn sie blieben unverletzt. Es blieb bei einem Blechschaden. Dieser wird laut Polizei auf ca. 10.000 Euro beziffert. Wenn Ihnen mein Nachrichtenvideo gefallen hat, wenn die Nachrichten gut rübergebracht worden sind, ich freue mich auf ein Däumchen nach oben. Sie haben übrigens die Möglichkeit, den Kanal Schwarzwald TV kostenfrei zu abonnieren. Einfach rechts unten aufs Logo klicken und die Glocke aktivieren. Sie erfahren hier regionale Nachrichten aus den Landkreisen Waldshut, Lörrach, Freiburg, Breisker Hochschwarzwald, Emmendingen, aus der naheliegenden Schweiz bei Großlagen im Elsass und dem Regierungsbezirk Tuttlingen. In diesem Sinn, alles Gute, bis zum nächsten Beitrag und Tschüss! Danke fürs Beisein und weg für dich! Danke fürs Beisein und weg für dich!